Ich weiß, wie es ist, ganz mensch zu sein. Ich weiß, wie du dich fühlst. Ich bin wie du, aus Fleisch und Blut. Und weiß, was Leben ist. Ich bin halt so geworden, da kann ich nichts dafür. Sagen viele Menschen entschuldigend. Wie können wir unsere eigene Lebensgeschichte annehmen und darüber hinaus mit Gottes Hilfe in Freiheit die eigene Zukunft gestalten? Um diese Frage geht es in der heutigen Sendung. Und damit begrüße ich Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Weltweit am Leben dran, dem TV-Magazin der Liebenseller Mission. Zum Einstieg haben wir uns auf der Straße umgehört und die Frage gestellt, wer oder was hat Sie in Ihrem Leben geprägt? Ich habe einfach das Glück gehabt, wunderbare Menschen kennenzulernen im Laufe meines Lebens. Und eigentlich verdanke ich alles, was ich in meinem Leben erlebt habe, irgendwelchen bedeutenden oder besonderen Persönlichkeiten, die im richtigen Moment das richtige Wort zu mir gesagt haben oder den Idealismus in mir entzündet haben oder mich einfach mal zurechtgestutzt haben. Aber eigentlich sind es Menschen. Meine Heirat, das hat mich geprägt. Ja, die ganzen Nachkriegsjahre hauptsächlich mal, dass meine liebsten Spielplätze eigentlich drüber Grundstücke waren, so komisch das klingt. Und dass ich eigentlich ganz stolz bin auf das, was unsere Eltern alles aufgebaut haben. Und das hat mich eigentlich so weit geprägt, dass ich sagen muss, es wäre schade, wenn alles wieder kaputt ging. Ein Unfall, den ich hatte, wo ich auch hätte sterben können. Manche Menschen sind auch äußerlich auf Dauer von ihrer Vergangenheit gezeichnet. Bei Alfonso Rosales aus Ecuador ist das so. Die Tätowierungen an seinem Körper erzählen von einer düsteren Vergangenheit und einem Verlust, der ihn bis heute beschäftigt. Ich hörte früher viel satanische Heavy-Metal-Musik, gemeinsam mit meinem Bruder. Ich war auf diesem dunklen Weg, wollte sein wie die Sänger dieser Bands. Sie waren Vorbilder für mich. Damals hatte ich mir auch dieses auf dem Kopf stehende Kreuz auf die Stirn tätowiert, um einem meiner Lieblingssänger nachzueifern. Alfonso Rosales verbrachte seine Jugend in Cotacachi, einer Stadt mit rund 20.000 Einwohnern. Cotacachi liegt in einem Tal zwischen den höchsten beiden Vulkanen der Provinz Imbabura im südamerikanischen Land Ecuador. Zu dieser Zeit machte er sich wenig Gedanken über seinen Lebensstil und wohin dieser führen könnte, bis bei einem seiner Brüder die Situation eskalierte. Ich hatte zwei Brüder und wir haben viel getrunken, Drogen genommen und hatten ständig Ärger mit der Polizei. Eines Tages hat einer meiner Brüder sich in seinem Zimmer eingeschlossen, sich eine Stange Dynamit in den Mund gesteckt und sich umgebracht. In der Zeit arbeitete ich auch mit meinem anderen Bruder zusammen, bei einem Stromversorger. Wir reparierten im Dschungel Stromleitungen. Eines Tages hatten wir einen schweren Unfall. Mein Bruder saß hinten auf der Ladefläche und das Auto wurde durch die Luft geschleudert und blieb auf ihm liegen. Wir versuchten ihn ins nächste Krankenhaus zu bringen, aber er ist noch auf dem Weg dorthin gestorben. Voller Trauer, gezeichnet durch den doppelten Verlust, begannen Alfonso Rosales Fragen zu quälen, die er sich selbst nicht beantworten konnte. Fragen nach einem Sinn in seinem bisherigen Leben. Der Tag, an dem sein zweiter Bruder vor seinen Augen starb, rüttelte etwas in ihm auf. Auch heute noch ist dieses Erlebnis und was darauf folgte so präsent, als wäre es gestern geschehen. Ich brachte meinen toten Bruder dann hierher zurück, nach Kotakachi. Ich erinnere mich noch genau. Um 9 Uhr waren wir aufgebrochen und um 16 Uhr nachmittags kamen wir hier in Kotakachi an. Da traf ich Sulay, eine Ex-Freundin von früher. Sie tröstete mich und etwas an ihr war anders als damals. Immer wieder lud sie mich zu einem Jugendkreis ein, in den sie ging, aber das interessierte mich nicht. Ich wollte da nicht hin und wenn ich doch einmal mitging, nutzte ich die Zeit, um zu schlafen. Doch irgendwann begann ich doch zuzuhören und ich kapierte, dass es hier Antworten auf mein Leben gab. Antworten auf die Dinge, die mich beschäftigten. Und da merkte ich, wie sehr ich Jesus in meinem Leben brauchte. Alfonso machte eine Kehrtwende in seinem Leben. Sein größtes Anliegen ist es, von Gottes Liebe und Wirken in seinem Leben anderen zu erzählen. Er möchte vor allem der kommenden Generation Hoffnung geben. Einer Generation, zu der auch seine eigenen Kinder gehören. Zusammen mit Missionaren der Liebenzeller Mission ist er deshalb auch in Schulen unterwegs und veranstaltet Nachmittagsprogramme für Jugendliche und Kinder, um sie von Drogen und Gewalt fernzuhalten. Auch wenn die eigene Vergangenheit und der erlebte Verlust heute noch schmerzen, erinnert ihn eben dieser Schmerz doch daran, was wirklich wichtig ist im Leben. Es ist eine große Freude und ein Privileg für mich, Gott mit meinem Leben voll zu dienen. Und es ist eine Ehre, dass man mich gefragt hat, als hauptamtlicher Missionsmitarbeiter in der Gemeinde zu arbeiten. Es ist wunderbar, wie Gott einen gebrauchen will, wenn man bereit ist, sich von ihm einsetzen zu lassen. Egal, woher man kommt und wie man aussieht. Ich habe viele Tattoos, nicht nur am Arm, auch auf meinem Oberkörper und dieses auf den Kopf gestellte Kreuz auf meiner Stirn. Und auch wenn es Menschen gibt, die das anders sehen, die mich gleich aufgrund meines Äußeren verurteilen und in eine Schublade schieben, weiß ich doch, dass Gott mich liebt, wie ich bin und mich gebrauchen möchte. Er sieht nicht diese Dinge. Er blickt viel tiefer. Er sieht unser Herz. Wir gehen zurück nach Deutschland, genauer gesagt nach Künzelsau in Baden-Württemberg. Hier lebt Anneliese Kahle mit ihrem Mann. Sie ist eines von fünf Kindern des bereits verstorbenen Missionarsehepaars Wilhelm und Elisabeth Kärcher. Beide reisten um 1930 im Auftrag der Liebenzeller Mission auf die Südseeinsel Tschug in Mikronesien aus. Die heute 70-jährige Anneliese Kahle blickt zurück auf ein bewegtes Leben, geprägt von ihrer Zeit als Missionarskind. Eigentlich hat sich Anneliese Kahle nie für die Imkerei interessiert. Doch wie so oft in ihrem Leben, hat sich auch hier ihre Fähigkeit zur Flexibilität und Anpassung ausgezahlt. Seit ihr Mann Frieda sich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr um das Bienenvolk oberhalb ihres Hauses kümmern kann, macht sie das eben. Die heute 70-Jährige führte ein unstetes Leben, geprägt von häufigen Ortswechseln und das nicht unbedingt immer freiwillig. Anneliese wurde 1945 als drittes Kind des Missionarsehepaars Wilhelm und Elisabeth Kärcher auf Tschug in Mikronesien geboren. Inmitten der Gräuel des Zweiten Weltkrieges, zwischen den Fronten von Japan und den USA. Meine Eltern waren ja während dem Krieg interniert und auf meiner Geburtsinsel. Und die Insel wurde also sehr, sehr bombardiert von den Amerikanern. Nach dem Angriff auf Pearl Harbor haben sich die Amerikaner natürlich gewehrt. Japan hatte die Verwaltung von diesen Inseln und hat da wirklich eine Militärbasis aufgebaut und hatten da unheimlich Flugzeuge und Schiffe. Und dann flogen also die Bomben massenweise auf diese Insel. Und dann bin ich also geboren und ringsherum fielen die Bomben. Also es war wirklich, ja, es hätte jederzeit auch unsere Hütte treffen können. Nachdem der Krieg zu Ende war, kehrte wieder Friede auf Tschug ein. Elisabeth und Wilhelm Kärcher bekamen dort noch zwei Söhne, Ernst und Helmut. Elisabeth Kärcher hat für jedes ihrer fünf Kinder Tagebuch geschrieben. Ein Zeitdokument, mit dem sich Anneliese erst heute so richtig auseinandersetzt. Ja, und die Kindheit, die war halt dann schön für uns. Also wir haben eigentlich mit den Kindern gespielt. Wir kannten ja nichts anderes. Wir kannten keine deutschen Kinder. Für uns war das einfach, wir waren Kinder wie die auch. Unter anderem haben wir die Läuse abgelesen von den Köpfen der anderen, weil das die anderen Kinder ja auch gemacht haben. Das war ganz normal und man hat die dann auch gegessen. Und meine Mutter hat dann immer die Luft angehalten, aber sie konnte ja nichts dagegen tun. Wir haben uns wohl gefühlt und das war eigentlich unser Leben. Wir kannten kein anderes Leben. Es war eigentlich eine behütete, eine schöne Kindheit. Wenn ich das Leuten erzähle, sagen sie, oh, schön auf den Inseln. Stimmt auch. Es war wirklich schön. Da die drei ältesten Schwestern, Hannelore Waltraud und Anneliese, eine ordentliche Schulausbildung bekommen sollten und die Eltern dringend einen Heimaturlaub benötigten, reiste die Familie 1952 wieder zurück nach Deutschland. Und dann kam natürlich alles Neue über uns. Total eine andere Kultur, total neues Land. Also wir wussten eigentlich gar nicht, was da auf den Zug kommt. Und dann wurde es halt angestirrt von allen Leuten. Wir waren so, dass meine Eltern waren das erste Missionsehepaar, das mit Kindern zurückkommt. Für die Liebenzeller-Mission sowieso. Das war also schon ein bisschen heftig für uns Kinder. Die Kirchers kauften sich ein Haus in Eutingen, einem Stadtteil von Pforzheim. Noch heute wohnt Annelieses Bruder Ernst hier mit seiner Familie. Der Schriftzug über der Eingangstür ist Schukis und bedeutet übersetzt Haus des Friedens. Und da haben wir dann in diesem Haus gewohnt und mussten dann auch zur Schule. Und wir waren also die absoluten Exoten in dem Dorf. Wir waren dann so noch als Familie zusammen noch so ein halbes Jahr. Und dann ging eben mein Vater wieder nach Amerika zur Weiterbildung, weil die Inseln unterstanden ist ja Amerika. Und ja, meine Mutter ging dann ein Jahr später. Da war ich dann acht. Ja, wir Mädchen mussten halt in die Schule. Und meine Brüder waren noch so, dass meine Mutter sie unterrichten konnte. Ein Abschied, der bei Anneliese Narben hinterlassen hat, die sie bis heute spürt. Beim Vater war es noch nicht so ganz schlimm, weil die Mutter ja da war. Ja, aber wie gesagt, da kann ich nicht drüber reden. Es geht einfach nicht. Ja, also ich weiß noch, wir standen am Gartenzaun, meine Mutter ging, es war wie ein Schwert, mein Herz zerbricht. Ja, und das war's dann. Es war dann eine Missionsschwester, die uns betreut hat. Und die hat sich wirklich auch Mühe gegeben, muss ich schon sagen. Aber es ist sehr schwierig, Kinder zu betreuen, die eigentlich die Geborgenheit verloren haben, das Zuhause verloren haben. Also die eigentlich zerrissen waren. Die Seele war zerrissen. Aber da habe ich einfach zu Gott gesagt, nee, ich sag dir's jetzt einfach, ich muss dir nichts vormachen. Wir mussten ja immer lieb sein und waren trotzdem nicht lieb. Die anderen waren immer lieber. Das ist auch was, was immer noch in mir steckt. Ja, man kann es eigentlich niemandem recht machen, ist ja auch klar. Und ja, ich wusste, bei Gott brauche ich, dem kann ich alles sagen, der weiß, wie ich bin. Und da kann ich auch böse sein. Der verzeiht mir das auch und es ist in Ordnung. Und da hat eigentlich die Beziehung begonnen, dass ich einfach, auch später im Leben, wenn es irgendwie schwierig wurde, ich hatte ja immer viel Angst, weil ich ja sehr schüchtern war und Selbstvertrauen hatte ich überhaupt keins. Und dann habe ich das eben Gott gesagt. Also du weißt, ich schaffe das nicht, ich weiß, ich kann das nicht. Und wenn du das willst, dann musst du es machen. Fünf Jahre später kam zumindest die Mutter mit den beiden Brüdern zurück. Meine Mutter hat dann wenigstens mal die Reißleine gesungen und gesagt, so jetzt bleibe ich da. Sie hat ja auch sagen können, tja, ich gehe wieder. Und jetzt bleiben auch noch die Söhne da. Also sie hat es dann schon gesehen, dass es so nicht geht. Weitere fünf Jahre später folgte dann der Vater. Die Entfremdung nach all der Zeit war groß. Und er kannte uns nicht. Also gut, er wusste, er wusste, wir sind seine drei Töchter, aber er wusste nicht, wer ist die Waltraud, wer ist die Anneliese, weil wir zwei uns ähnlich sehen. Ja, und ich war acht, als er ging, oder siebeneinhalb. Und zehn Jahre später, da macht man ja so einen Sprung. Das war schwierig, ja. Aber es ging. Es hat ja seine Zeit gedauert, war dann in Ordnung. Anneliese Kircher wurde Lehrerin. Allerdings reizte sie das Ausland. Und so kam es, dass sie sich in Deutschland beurlauben ließ und im Auftrag der Lieben-Zeller-Mission auf Papua-Neuguinea Missionarskinder unterrichtete. Und dann habe ich im Seepik, das war also wirklich im Dschungel, haben die Missionare mir so ein Häuschen hingestellt, neben dem Landestreifen. Und da hatte ich dann, also ein Klassenzimmer, da hatte ich dann Kinder von Australien, Neuseeland und Deutschland. Ja, und dann habe ich die unterrichtet. Dann waren eben meine drei Beurlaubungsjahre zu Ende. Ja, dann wusste ich nicht, was mache ich, unterrichte ich wieder in Deutschland, gehe ich ganz in die Mission. Das war dann schon ein langer Kampf mit mir. Also die Lieben-Zeller haben gesagt, also wir schicken dann unsere Kinder nach Wau. Wir sind da auch mal hingeflogen und es hat mir eigentlich gut gefallen. Also es war schon ein bisschen sehr nobel verglichen mit dem Dschungel, wo ich wohnte. Und da habe ich gedacht, nein, es wäre schon schön, da jetzt zu unterrichten. Von da an pendelte Anneliese immer wieder zwischen dem Schuldienst in Deutschland und der Schule für Missionarskinder auf Wau hin und her. Bei ihrer Arbeit mit Missionarskindern hat sich Anneliese selbst nie als Tochter eines Missionars-Ehepaars zu erkennen gegeben. Interessant ist, dass ich jetzt so langsam wieder Kontakt kriege zu ehemaligen, die natürlich jetzt gestandene Mütter sind und die mir jetzt dann doch erzählen, wie sie die Zeit empfunden haben. Und du warst auch, und das wussten wir alles gar nicht, eine Mutter hat dann gemeint, warum hast du es nicht gesagt? Dann habe ich gesagt, ich konnte das nicht, ich konnte das nicht sagen. Erst jetzt, so viele Jahre später, kann sie über ihre Kindheit und Jugend und die Zeit ohne Eltern sprechen. Ja, wir haben es auch unseren Eltern nie vorgeworfen, wenn die Leute gefragt haben, ja, sag, das war bei euch so, und erzählt doch. Und dann, wenn wir das erzählen, dann gehen sie über unsere Eltern, ja, wie können die, und ach, das ist doch unmöglich. Und das wollten wir nicht. Wir haben gesagt, unsere Eltern, das war ihre Aufgabe, wir haben es akzeptiert und wir wollen eigentlich nicht von anderen Leuten jetzt hören, dass unsere Eltern unmöglich sind. Dann haben wir eben nichts mehr gesagt, und wir haben meistens geschwiegen. Anneliese heiratete ihren Mann Frieder spät. Zwar kannten sich beide schon länger flüchtig über die Liebenzeller Mission, da er als technischer Missionar auf Tschuk gearbeitet hat, doch die Ehe wurde erst 2003 geschlossen. Nun leben beide in seinem Elternhaus in Künzelsau. Wenn Anneliese Karele auf ihr Leben zurückblickt, ist für sie die Gewissheit da, dass sie nie wirklich allein war. Ich weiß einfach, dass Gott mich gern hat und so akzeptiert, wie ich bin. Und das hilft mir dann, dass er einfach mich geführt hat. Und der Psalm 27, der heißt, mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Das war's. Ich brauch keine Angst haben. Ich wollte nicht nur reich werden, ich wollte unendlich reich werden. So beschreibt Josef Müller selbst, was ihn dazu antrieb, mit immer krummeren Geschäften noch mehr Geld zu machen. Schließlich schreckt er nicht einmal davor zurück, für die amerikanische Drogenmafia Geld zu waschen. Wirklich reich wurde er allerdings erst, nachdem er alles verloren hatte. Wir haben Josef Müller, den Autor des Bestsellers Ziemlich bester Schurke, in seiner bayerischen Heimat besucht und er hat uns seine Geschichte erzählt. Ich war, glaubt mir, auf allen Partys zu Hause, auf hohen Partys, hatte ich Autos, hatte ich Flugzeuge sogar, ein Maybach. Ich war so dekadent, ich hatte einen schwarzen Rolls-Royce und einen weißen Fahrer und einen weißen Rolls-Royce und einen schwarzen Fahrer, okay? Also da musst du schon ein bisschen crazy sein. Und heute ist mir das eher peinlich, weil es war halt mein, ja, dekadentes Leben von damals. Damals war Josef Müllers Start ins Leben alles andere als dekadent. Er kam als einziger Sohn einer OP-Schwester und einem Kriminalhauptkommissar in Fürstenfeldbruck bei München zur Welt. Als Jugendlicher spielte er in einer Band. Da sein Vater krank war, durfte er, um ihn zu unterstützen, bereits mit 16 Jahren den Führerschein machen. Das sollte sein Leben auf dramatische Weise verändern. Von einem Diskothekenbesuch, wie ich eines Sonntagsmorgen in der Früh um 2 Uhr Ende Juli 1973, 1973 nach Hause fahre, bin ich eingeschlafen am Steuer. Das Auto ist von der Fahrbahn abgeschossen, ist in Bayern, sagt man, bei uns ins Holz rein, in den Wald gefahren und ist dort hängen geblieben. Damals waren Gurte im Auto noch nicht Pflicht. So hat es mich durchs Auto geschleudert und ich blieb bewusstlos in dem Fahrzeug liegen. Und seitdem, ich weiß noch, seitdem sitze ich im Rollstuhl. Ich weiß noch, wie der Professor, wie ich aus dem Koma, aus dem künstleren Koma zurückgeholt wurde, vor mir stand und hat gesagt, Herr Müller, Sie hatten einen Autounfall, Sie werden es ja wissen und Sie haben Rückmarksverletzungen, Sie sind Querschnitt gelebt und Sie werden den Rest Ihres Lebens im Rollstuhl verbringen. Und bis heute habe ich keinen, ich sage immer, ich habe zehn Jahre gewartet, dass ich einen Frust bekomme, dass ich im Rollstuhl sitze und nach zehn Jahren, wie nichts passiert ist, habe ich aufgegeben zu warten. Josef Müller holte sich die Bestätigung, die er brauchte. Er wurde Steuerberater und eröffnete schnell mehrere Kanzleien. Ich hatte 50 Mitarbeiter, vier Büros, ja, und nette Freundinnen, tolles Auto und schon ein kleines Haus am Gardersee und ein Boot in Badolino in Italien. Aber das hat noch nicht gereicht, dass man sich reich werde. Da kommt man gut leben dafür. Aber ich wollte eigentlich, so habe ich das gesehen, das war so mein Vorsatz, mein Ideal, meine Vision, reich werden, richtig reich werden, im mehrfachen Millionenbereich. Und ich muss ehrlich sagen, mit Arbeit konnte ich das nicht machen. Er lernte durch Zufall einen reichen Amerikaner kennen. Von Bruce bekam er über 20 Millionen Dollar in bar, die er in Deutschland anlegen sollte. Müller tat dies mit großem Erfolg und verdiente da an monatlich selbst bis zu einer Million. Später, und jetzt kam es, hat sich herausgestellt, dass das Geld Drogengeld war. Die hatten mit einer Schnellboote, Flotte Drogen und Waffen durch die Karibik befördert. Und ich wurde praktisch instrumentalisiert zu einem, ja, zu einem Drogen- und Waffengeldwäscher einer US-Mafia. Trotzdem habe ich das Geld natürlich benutzt und wie es dann weg war, weil es in der Devisespekulation plötzlich nach unten ging, war ich plötzlich nicht nur auf der Fahndungsliste, vom FBI, sondern ich wurde auch natürlich gejagt von den Leuten, die mir das Geld übergeben hatten. Josef fiel ein Stein vom Herzen, als Bruce in den USA verhaftet wurde. Allerdings bekam der Drogenboss durch einen Deal mit der Staatsanwaltschaft lediglich zwölf Jahre Haft. Und die Ende der Geschichte war das, dass vor zwei Jahren mir ein Bekannter erzählt hat, aus hundertprozentig sicherer Quelle, dass Bruce vor fünf Jahren in Deutschland war und hat sich nach Josef Müller erkundigt. Und jetzt kannst du dir vorstellen, dass jetzt alle eigentlich den Atem anhalten, inklusive mir. Bloß ich muss schmunzeln, weil ich ein glücklicher Umstand kam, dass ich genau zu dem Zeitpunkt im Gefängnis war. Warum ich verurteilt war und warum ich im Gefängnis war, fast fünf Jahre, das war die Dummheit meines Lebens. Wie nämlich Bruce Geld weggefallen ist, habe ich den Blödsinn gemacht. Ich habe mir dann Gelder von Mandanten geliehen. Und zwar große Beträge und die konnte ich irgendwann nicht mehr zurückzahlen. Auch privat schlug das Schicksal zu. Josefs Ehefrau Sandra verließ ihn und heiratete seinen Chauffeur. Da kam es eben, dass genau zu dem Zeitpunkt, wo mich meine Frau verlassen hat, kam eben Gott auch in mein Leben. Und er kam in Form eines neuen Testaments, das Josef in der Gefängnisbibliothek in die Hände fiel. Und ich habe das gelesen und dort habe ich gelesen, dass Gott eigentlich mein Papa ist und dass er sich kümmert um mich. Ich habe das gelesen vom barmherzigen Vater, vom verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn ist ja aufgewacht im Schweinerstall und ich bin aufgewacht im Gefängnis. Und ich sah da Parallelen. Und der verlorene Sohn ist zurückgegangen zu seinem Vater oder Gott als Metapher. Ich wollte eine zweite Chance haben, nicht mehr nur den oberflächlichen Dingen nachzulaufen. Und so habe ich gelesen, du kannst mit Jesus reden wie in einem ganz normalen Gegenüber. Und so habe ich gesagt, Jesus in meiner kalten Zelle in München-Stadelheim, Jesus, ich habe so viel Mist gebaut, es tut mir leid. Ich kann es nicht ungeschehen machen, aber würdest du mein Leben neu übernehmen, können wir neu anfangen? Die geistige Heimat des ehemaligen Geldwäschers ist heute das Christuszentrum in Olching. Die dortigen Gemeindemitglieder sind für ihn ein wichtiger Halt. Ja, es ist die typische Karriere, reich, Millionär, Spaß, Drogen, Frauen. Und das, was mir eben gefällt, man kann immer sagen, Geld bringt nichts, aber er hat es mal erlebt. Und er kann trotzdem sagen, dass ihn das nicht glücklich gemacht hat, dass eigentlich so diese Beziehung zu Jesus, von der er immer redet, dass die ihn glücklich macht. Und das nehme ich ihm ab. Ab und zu kommen Leute zu mir, die sagen, ja, Gott ist ja schon seit ewiger Zeit, Jesus ist ja schon seit ewiger Zeit tot. Dann sage ich, ja, er müsste schon die letzten 20 Minuten gestorben sein, weil ich habe mich gerade mit ihm unterhalten vorher. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, eine lebendige Beziehung. Josef Müller ist mittlerweile mit seiner aufregenden Lebensgeschichte ein gefragter Redner und tourt selbstredend mit auffälligem, fahrbaren Untersatz durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Auch in zahlreichen Fernsehsendungen, wie beispielsweise dem Gottesdienst Stunde des Höchsten auf Bibel-TV, war er bereits zu Gast. Der Josef Müller war nie so glücklich wie jetzt im Moment. Und das, glaube ich, ist eine ganz wichtige Sache. So steht es auch in der Bibel, legt einen Ballast vor Jesus, leg es ab. Er sagt, alle, die ihr beladen seid, legt euren Müll und euren Ballast vor mir ab. Und ich will euch erquicken, ich will euch Spaß bereiten, ich will euch das abnehmen, dass ihr wieder ein zufriedenes Leben habt. Und das ist genau das. Ich rate den Menschen, egal wo sie sind, mit der Vergangenheit abzuschließen, die Menschen zu verzeihen und sich selbst zu verzeihen und das auch anzunehmen. Und das ist so wichtig. Vergangenes abschließen. Neues kann beginnen. Paulus hat gesagt, Altes ist vergangen, Neues hat begonnen. Das ist ein biblischer Satz und ich glaube, der sagt alles aus. Das Leben lässt sich nur rückwärts verstehen, muss aber vorwärts gelebt werden. Dieser Satz stammt von dem dänischen Theologen und Philosophen Sören Kierkegaard. Ich denke, das ist auch ein sehr gutes Fazit unserer heutigen Sendung. Und ich hoffe, wir konnten Ihnen gute Impulse für Ihr eigenes Leben mit auf den Weg geben. Wenn Sie noch Fragen oder Anregungen haben, dann rufen Sie uns doch einfach an. Unter der Nummer 0185 33 50 15 sind wir gerne für Sie da. Bleiben Sie noch dran. Wir haben im Anschluss einen ermutigenden Clip für Sie vorbereitet. Ich verabschiede mich schon mal und wünsche Ihnen Gottes Segen. Gott selbst hat alles in seiner Gnade bewirkt. Nach 1. Korinther 15 Weltweit am Leben dran Das TV-Magazin der Liebenzeller Mission Diese Sendung ist auch auf www.liebenzell.tv zu sehen sowie auf DVD erhältlich. Das TV-Magazin ist auch auf www.liebenzeller ist auch auf www.liebenzell.tv Vielen Dank.